Himmel, hilf! Nein, ich wollte doch in Deckung gehen! Och komm, verarsch mich doch mal! Weil sich wenig so richtig rumdreht. Egal! Damit sage ich trotzdem mal ein Gute wie willkommen zurück zu Let's Play Sleeping Dogs! Alle Mannschöner? Sind wir beim Finale angelangt von Das Jahr der Schlange? Haben es aber hier noch mit ein paar fanatischen Kultanhängern zu tun. Hahaha, schön vorbeigeschlittert. Na? Jetzt weiß ich, dass ich gleich in Deckung gehen muss. Mal nachladen. Wollt ihr? Wollt ihr was? Dann kommt und holt mich. Das war's für heute. So, kurz verschnaufen. Ich glaube, dass ich die ganze Zeit versuche hier. So, der Däch hat's auch gelegt. Ist da noch einer? Okay, den Kultmeister finden. Hm, tauschen erstmal die Waffe. Ich bin wieder zu wenig Muni. Na, warum komm ich denn da nicht hoch? Achso, ist er auf dieser Höhe oder was? Ach nein, ich darf hier eindringen, wo die Spielhöhe ist. Gude? Wie geht's? Das was? Was? Look at that. It's just about midnight. Then our time here is done. Let's get them booked. No, let's wait a second. Three, two, one. Du bist in Ordnung, Scheiße! Happy New Year! Tja, scheint wohl jetzt Trinengaswerfer im Hauptschuh verfügbar. Mhm. Kultmeister, abgeschlossen. Und jetzt ist die Frage, bleiben die Collectibles zu sehen oder... Was kann ich jetzt noch machen? Tatsächlich, die Collectibles werden alle aufgelistet jetzt. Was wir noch alles einsammeln müssen, die Beweisbeutel. Dann machen wir das jetzt in dieser Folge noch. Hm. Nimmst du das Auto nochmal? Okay, also. Jetzt machen wir erstmal eine Collectible Mission hier. Wir sammeln die ganze Krempe ein. Und dann geht es zurück zum Albtraum von North Point. Ach, wirklich? Das ist hier oben, wo ich immer Probleme hatte, den Zugang zu finden, ne? Jetzt muss ich mal schauen, wo der Aufstieg war. Das gehen wir auch von einem Club aus, oder? Ach ne, hier geht es. Ah, das ist doch nicht dieses Einkaufszentrum. Das war das, wo wir gegen Iliana im Hauptspiel angetreten sind beim Rennen. Hier soll sich also unser erstes zu suchende Beweisbeutel befinden. Also die spawnen auf der Karte, wenn man mit dem DLC durch ist. Bei Albtraum im North Point kam das jetzt nicht vor. Müssen wir mal schauen. Wo finden wir den nächsten? Ich gehe jetzt immer der Reihenfolge nach, was in meinem Nächsten gelegen ist von mir. 26 haben wir schon. Da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Aber ich will jetzt versuchen, das alles noch in einer Folge zu machen. Dann passt das Beste zum Abschluss. Müssen wir mal gucken, ob ich jetzt hier einen Weg finde, um wieder runter zu kommen. Oder ob ich mich jetzt hier eingekesselt habe. Ne, schätzungsweise muss ich jetzt den ganzen Weg zurücklaufen. Das sei denn, komme ich hier irgendwo durch? Ne, negativ. Ach ja. Da habe ich was zu tun. Einfach gewesen, wenn man noch wie im Hauptspiel hier durch die K-Bar hätte gehen können. Ist aber leider nicht der Fall. Gut. Und hab. Oder auch nicht. Ansonsten, wenn wir die alle eingesammelt haben... Ich glaube, ich sollte mir ein Motorrad nehmen. Damit bin ich viel wendiger unterwegs. Ich werde also bei der Gelegenheit mal umsteigen. Damit man das Ganze sich auch ein bisschen beschleunigen kann. Ach, hier liegt auch einer. In der Nähe. Ich muss noch mal schauen, wo der sein soll. Laut der Karte hier, oder? Ne? Hm. Die Karte sagt mir, hier wäre irgendwo ein... So ein Beutel. Warte mal. Das überprüfe ich jetzt doch mal genauer. Wo ist dieser Beweisbeutel? Ach, tatsächlich schickt der hier einfach rum. Okay. Jetzt wieder... ...den einsteuern. Ich nehme jetzt mal ein Polizeiauto. Aber ich steige dann später um, wie gesagt. Motorräder sind mir ein bisschen wendiger und schneller jetzt für sowas. Und bin ich gerade zu unfähig, hier weg zu fahren. Ja, ich bin tatsächlich echt sowas unfähig gewesen. So, der hat ein Motorrad. Na, los, steig ab. What the fuck, hat der nur einen Arm? Vor allen Dingen... Mit was für Klamotten ist der denn bitte Motorrad gefahren? Das ist aber sowas von ungesund. Das ist jetzt nicht... Ich meine jetzt nicht so Schutzklamotten-mäßig, aber... Wenn man... Motorrad fährt mit so wenig Klamotten, dann kann man schnell eine Unterkühlung kriegen. So, das soll hier oben sein. Mal kurz schauen. Ich habe jetzt gerade nichts gesehen. Ah, da ist er doch. So, next one. Ich habe gesehen, dass einige auch weiter unten auf der Karte sind, ne? Wir haben hier unten in Aberdeen, haben wir auch ein paar. Und bei Kennedy Town. Aber ich mache jetzt erstmal alle in Central. Das wird, glaube ich, eine reinste Collectible-Mission hier nach... Der hier dann nächste auch. Äh, nicht Mission. Sondern Folge. Wenn wir den ganzen Krempels einsammeln wollen, der dann noch fehlt. Die liegen so unauffällig rum. Was hier kein anderer eingesammelt hat. So. Wo haben wir den nächsten? Ich vergesse immer, dass ich umschalten muss. Also, wen es, wie gesagt, nicht interessiert. Ja, super. Muss dann auf die nächste Folge warten. Okay. Okay. Von dem Safehouse. Ich fand es etwas verwirrend gemacht, um einzusehen, wo dieser Beutel sein soll. So, damit schon Silber auch erhalten, wir weiss haben. Also wie gesagt, die Stadt, die Werte brauchen wir gar nicht. Hätte ich das gewusst, hätte ich nicht so viel Zeit verplempert. Aber gut. Damit habt ihr auch ein bisschen mehr zu sehen gehabt. Ist auch etwas. Auch hier in dieser Lobby? Nein? Doch. Ich dachte schon, ich käme nicht rein. Schickes Hotel. Hier war doch, glaube ich, das Treffen mit Uncle Poe. In der Hauptstory. So, wo müssen wir als nächstes hin? Wir sind in Central gleich durch. Haben wir nämlich noch drei Stück und dann fahren wir rüber nach Kennedy Town. Eventuell kürze ich dann ab, um nach Kennedy Town zu kommen mit einem Taxi. Wann werden wir sehen. Ich frag mich schon mal, ob Taxifahren in Arcton und North Point geht, weil da ja so viele Autos explodiert und immer. Auch hier eine Lobby wieder zum Begehen. Meins. So, wo haben wir das nächste, bitte? Bitte. So. Wo genau? Wo genau? Ah, da unten. Ja, hallo? Warum springt denn der da drunter? Ist das ein Witz oder was? Sonst ist da auch viel windiger, der gute Way. Okay. Next one, please. Hier, und dann muss ich mal kurz mal schauen. Dann sind wir in Central durch. So, wie ich den dann hab, den nächsten. Achso. Ich verstehe. Im Krankenhaus. So, wenn ich das jetzt richtig gesehen hab, ist hier in Central nichts mehr, ne? Dann haben wir hier drüben, den nächsten. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, alles klar. So ein bisschen weitere Strecke, aber mal schauen. Im Motorrad wüsste ich eigentlich relativ schnell da sein. Okay. Okay. Weitere Z preocup Youth. So, wie die Monate, come duidier. So, wie casa heißt die Uniform? So, wie Herr Christian. So, wie geht es gleich. So, Mensch, meinst du hier nicht frei. So, wie du und wie die grammar Department undika. Außerdem. So, wie kродеier alles alle jeder Tag. So, ich arbeite mich lugar mit denen, was du Blatt. Ja, ich 똑 nichtержín rede. Was da lymph herum, einer Person l? Und wenn da. Entweder liegt es jetzt hinter den Frachtern oder auf den Containern. Schätzungsweise muss ich hier hoch. Ich habe hier die Hühner gehört, die von den Illegalen Harnkämpfen verwendet werden. Wollen wir den nächsten? Hier drüben. Dann müssen wir noch zum Friedhof fahren. Also sollte die Folge jetzt ein bisschen Überlänge haben, ich werde die erst beenden, wenn ich alles eingesammelt habe. Damit wir dann die nächste gleich durchstarten können. Wieder zurück. Natürlich noch mal. Und dort will ich eigentlich gucken, dass ich auch nicht mehr allzu lange brauche. Wow, wow, wow. Damit sich diese Let's Play auch mal im Endeffekt. Nicht, weil ich es nicht mag oder los haben will, aber wir haben so viel anderes noch vor. Außerdem, das Spiel, was ich eh noch aus meinem Kanal ausschlachten werde, sind ja die Batman Arkham Spiele. Jetzt fängt das Motorrad aber schon gut an zu quallen. Na, vielleicht hält es noch durch, bis ich alles eingesammelt habe. Ich hätte hier oben. Rückwärts gegangen wollte nicht. Soll hier im Park irgendwo sein, aber ich habe den Fundort jetzt noch nicht kapiert. Hier ist es auch nicht. Ich schau mal, ob es hier oben auf der Treppe liegt. Ach, das liegt ja auf dem Basketballplatz. Gut zu wissen. Ne, 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 nicht. Nicht überall festlegen. Da fliegt er wieder. So, wo verschlägt es mich als nächstes hin? Zum Friedhof, ne, habe ich mir gedacht. Und dann geht es zu den Aberdeen-Docs. Jetzt haben wir den Palo-Map. Von denen muss ich mir unbedingt mal Musik besorgen. Das hat ja einen richtigen Groove, was die da spielen. Geht schon auf jeden Fall gut ins Gehör. So, viel kann man bestätigen. Wie schön er jetzt noch salutiert hat und seinen Helm abzog. Ah, ich dachte schon, ich komme hier nicht durch. So. Der Beweisbeutel. Soll ich sich irgendwo dort befinden. Geh nicht? Geh nicht. Ah, ja. Dann markieren wir uns doch schon mal den drittletzten. Ja! Warte mal, wieso den drittletzten? Wen habe ich übersehen? Hier sind noch zwei. Ach, fuck me, da hinten ist auch einer. Da muss ich wieder hinfahren mit einem Schiff. Mit einem Boot! Na gut, wenn wir eh in Aberdeen sind, dann kann ich mir auch ein Boot schnappen. Was ist denn los, wey? Was ist denn los, wey? Ah, you a hobby, loving, nerdy. Geek! Get down to sexy robot! Check out all the latest games, comics, What the fuck? Was zur Werbung? Die Werbung, ey! Die hört sich so mess ab an. Hat der eben Boot delicious gesagt? Das hört sich auf jeden Fall so an. Ahem. Ich fahre jetzt mal nicht wie so eine gesängte... Sau hier. Sondern als ob du mehr Familie sonst interessierst in der Motor als in dir selbst, ne? Das macht zwar keinen Sinn, aber ich wollte nochmal Quatsch erzählen, wieder mal. Wie es von mir gewohnt ist. Wenn ich mich auf dem Motorrad schaute. Nur weil der Friedhof, der lag parallel hierzu, aber nur weil... Nein, 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 nein. Ich bin falsch abgewogen wie irgendwie du Arsch. Ja genau, der Motorrad steht hinten auf dem Nummernschild. What? Dieser ist voll of what? Vielen Dank. Vielen Dank. Na, lauf mal schneller. So. Auch das hätten wir. Wo geht es hin mit dem nächsten? Hier und dann muss ich mal gucken, wo ich ein Boot habe bekommen. Was ist das Mutterrad? Ja. 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 Hm, wie komme ich denn da hoch nochmal? Wie komme ich denn da hoch? Ich muss... Ich muss von einem anderen Gebäude da rüberspringen. Ach, jetzt kommt der Quatsch wieder. Ah, das wird ja wieder ein Spaß. Boah, das war knapp. Haben sie mir hingeschafft. So, jetzt brauche ich ein Boot. Ich brauche ein größeres Boot. Äh, wo ist denn das? Wo gibt es hier Boote? Boote, 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 Boote! Boote, 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 Boote. Fuck shit. Was das da hinten ist? Die kann man alle nicht nehmen, um wegzufahren. muss ich mal in diese Richtung schauen ist das mein Motorrad? tatsächlich den Quatsch will mich nicht drüber hmmm da ist ein Boot das kleine ist doch bestimmt schnell genug um da hin zu fahren ja, viel auf jeden Fall schnell gefahren wir waren gerade dabei, Opef zu hören dann bleibt es auch dabei ach shit, da ist eine Bucht, da komme ich gar nicht durch wenden, 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 dann muss ich das erstmal umfahren unser letztes Collectable für diesen DLC noch nicht für das Let's Play, aber für diesen DLC jetzt will ich nur gucken, dass ich richtig fahre ok dass ich mich hier nicht verfahre und dann umsonst den Weg genommen hab so klar, dass es auf dem Frachter irgendwo sein muss, wo die letzte Mission war so klar, dass es auf dem Frachter irgendwo sein muss, wo die letzte Mission war und hopp und hopp hm 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 wo liegt's ach hier unten so, damit haben wir alles Pick up Monster alles klar so, das heißt, wir sehen uns dann wieder beim Albtraum von Norfolk nach der ewigen Schießerei äh, die in der letzten Folge schon startete, da ist es mir endlich geklickt auch diese Mission abzuschließen jetzt müssen wir nur noch ein bisschen Sachen sammeln die uns noch fehlen von Beweisen und so weiter dann haben wir das auch abgeschlossen, dann müssen wir noch den letzten Rest zu erfolgen also viel kommt nicht mehr deswegen, da dürft ihr euch ja schon mal drauf freuen vergesst auf jeden Fall ja auch nicht eine Wörter in den Kommentar zu lassen in der nächsten Folge geht's schon weiter ja und ich bin hier raus Peace out f enjoyed ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020